ARD Text im Auftrag von Funk Was bist du mit Leuten, die dir nichts bedeuten? Schau, ihnen geht es so wie dir Dabei gibt es noch Wege, die führen genau zu mir Oh, Baby Ein Lied kann eine Brücke sein Und jeder Ton ist wie ein Stein Der macht dich stark und fest Du kannst darüber gehen Andere verstehen Ein Lied kann eine Brücke sein Hat etwas Mut und stimmt mit ein Und ist dein Herz bereit Komm über diese Brücke Herz deine Einsamkeit Hör auf zu spielen Und lerne zu fühlen Wie viele Menschen Freunde sind Lerne zu singen Vertrauen so wie ein Kiel Oh, Baby Ein Lied kann eine Brücke sein Und jeder Ton ist wie ein Stein Und ist dein Herz bereit Du kannst darüber gehen Andere verstehen Ein Lied kann eine Brücke sein Und jeder Ton ist wie ein Stein Hast etwas Mut und stimmt mit ein Und ist dein Herz bereit Komm über diese Brücke Her stander einsam, ja, ja, ja. Und ich kann man über Brücke sein. Ich hab mir das Wort und Stimme mit euch. Und ich hab mit Rücken, komm über diese Brücke. Her stander einsam, über diese Brücke. Oh, her stander einsam, über diese Brücke. Her stander einsam, klar. So soll es sein, so soll es bleiben. Kevin und Solo. Sehr, sehr gut, Jungs. Nice. Giovanni, mit dem Battle hast du dich hier schon ausgelebt, ne? Ich liebe das, die Jungs haben so eine geile Stimmung gemacht. Ich hatte einen riesen Spaß, wirklich. Ronan. A great song choice. I really enjoyed it. It was great fun. Solo, you stole it, man. Even when you weren't singing, you were in it. You were performing. And for me, I think that that carried you. Thank you. So if I had to make a choice, I'd go with Solo. But you're both awesome. Shereen. Das ist jetzt auf jeden Fall nicht jetzt so mein Musikgeschwack, aber ich hab euch gesehen, ihr habt die ersten Töne gesungen und ich hatte sofort gute Laune. Es war für mich einfach Magic und ich bin immer eine Person der klaren Entscheidung, aber ich bin riesen Fan heute Abend von euch beiden. Jungs. Okay. Ja, wir sind uns auch nicht einig. Als der Song kam, dachte ich so, what the fuck, ist das denn? Und dann dachte ich, das ist total cringe. Weißt du? Aber dann dachte ich, okay, das war total geil, ich kann den Song auch nicht und ich fand, der hat euch echt gut gestanden und der hat total Spaß gemacht und ihr beiden zusammen, das war total entzückend. Das heißt, ja, ich bin irgendwie echt froh, dass ich das jetzt nicht machen muss. Ja, ich glaube, das ist euch gut gestanden. Kevin, du bist ein Riesenschlager-Fan. Das ist ja auch der Sound, den du sonst so machst. Solo, bei dir muss ich sagen, du erinnerst mich so krass an so die Leute in den 80ern im Fernsehen aussahen. Ich finde das so geil. Du hast so eine Klasse, so eine Eleganze, wenn du dich über die Bühne überwegst. Das ist nett. Ja, ja, das ist geil. Du schwingst deinen Mann, das ist so nice. Er schwingt so über die Bühne. Und Kevin, du weißt, wen du neben dir hast und du weißt auch, wie stark auch Solo ist. Und du wusstest, dass du einfach 100% gehen musst und das hast du auch getan. Du gehörst ebenso auf die große Bühne. Also es ist mit euch beiden, es ist unglaublich spannend. Die Frage ist, auf wen hast du Bock in der nächsten Runde? Kevin oder Solo? Nichts immer warm bei der Hände. Okay. Kevin. Moment, 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 Moment. Ach so, ich dachte gerade. Moment. Und ich war so. Giovanni hat nur seinen Satz angefangen. Ich habe meinen Satz angefangen, Dankeschön. Giovanni, hey, jetzt mal ehrlich, wie kannst du so einen Satz anfangen? Du hast das mit zu viel Tech gemacht, du warst so, Kevin. Nein, aber ihr denkt doch nicht ernsthaft, dass Giovanni, der so lange Sätze bildet, der so viel drüber hört, der wird jetzt einfach sagen, Kevin, Leute, also. Also, Kevin. Hier ist schon einer fast umgekippt. So, jetzt nochmal. Kevin, bei dir ist es so, du hast eine super Bühnenerfahrung, super Bühnenpräsenz. Du weißt auch schon, wo du hin möchtest. Es ist wirklich für mich persönlich die knappste Entscheidung in meinen Battles. Ich glaube, für die nächste Runde, dass einer der beiden noch ein bisschen mehr von sich zeigt, ein bisschen auch ein bisschen andere Seiten noch von sich zeigt und das brauche ich bei diesem Wettbewerb. Und es ist für mich Solo. Solo Hoffmann ist weiter. Ich mach nochmal auf die Hände, Junge. Solo Hoffmann gewinnt dieses Battle, aber an dieser Stelle, das ist nochmal dein Applaus. Bitte, Kevin, Brian Smith, leider nicht weiter. Solo, hey, du bist weiter. Du bist in den Teamfight. Wie ist deine Ohr gesagt? Ich kann es nicht glauben, ich kann es noch nicht fassen, dass ich weiter bin in den Teamfight. Ich weiß gar nicht, wohin mit meinem Glück.